Aber wir beenden den Abend mit einem, man könnte sagen, wenn man an mich denkt, denkt man ja dieses Lied. Ja, ja. Aus dem Grund, dass ich dieses Lied vor fast zehn Jahren schon mit einem guten Freund von mir aufgenommen habe und dann haben wir ein Video gedreht. Damals, wo die Computers auch nicht so weit waren, dieses Video ist auf YouTube, man auch sehr schnell, wenn man denkt in die Male, und es hat mittlerweile schon mehr als hunderttausend Klicks. Und dann spielen wir jetzt von Umberto Tosi und Raph, Jente die Male. von Raph, Jente要 Arena Ich kannst dirche sind nicht so weit, gut,nuts Aber, was ich zu ihnen geим, bisschen, sieht Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020